So, hier ist unser Online-Studio. Rainer Thorn ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Kinderliederkünstler Deutschlands. Auch für uns, dem Bonifazis-Werk, hat er schon einige Lieder komponiert. In Lippstadt haben wir ihn jetzt in seinem Musikstudio besucht und er hat uns verraten, was für ihn das Faszinierende an der Musik mit Kindern und für Kinder ist. Kinder reagieren auf Musik unmittelbar. Man muss Kindern gar nicht erklären, wie bedeutsam Musik ist. Kinder wachsen mit Musik auf, sie begrüßen die Welt ja auch musikalisch, denn das erste Da-Da-Da und La-La-La ist das Nachahmen der Stimme der Mutter und so begrüßen die Kinder eben die Welt musikalisch. Von daher ist Musik eben die Muttersprache von uns Menschen und verbindet alle Menschen auf dem Planeten, weil alle eben die Sprache der Musik verstehen. Und das gemeinsame Singen schafft immer wieder neue Zusammenhänge. Und Singen macht einfach glücklich. Das sieht man an den Gesichtern der Kinder, wenn sie sich zur Musik bewegen, wenn sie mitsingen, wenn sie mitklatschen. Und das erfüllt mich mit großer Freude. Wie entsteht bei dir so ein neues Lied? Am Anfang ist es meistens eine kleine Idee. Entweder kommt es von den Kindern, dass die mal sagen, hast du mal ein Lied vielleicht dazu? Oder manchmal höre ich auch irgendeinen kleinen Wort. Manchmal bekommt man einen Auftrag vom Bonifazis-Werk, mach doch mal ein Lied zu dem und dem Thema. So war das ja in diesem Fall. Und dann gehe ich ans Telefon und rufe einen guten Freund an, nehme mich den Markus Ehrt und sage, du, da gibt es eine Idee, ein Lied zu machen zum Thema Vertrau. Vertrau mir, ich bin da. Und dann setzt er sich hin und macht einen Text, den schickt er mir dann. Und dann ist für mich der erste Weg eigentlich, dass ich den Text versuche, auswendig zu lernen. Dass ich hineinfühle in die Sprache, in den Rhythmus dieses Textes. Und wenn man mich dann beobachtet, dann gehe ich eben durch unseren Garten und spreche immer auf meine Schritte den Text und versuche, einen Rhythmus zu finden. Also zum Beispiel bei dem Thema, ich vertraue dir, kann man ja verschiedene Rhythmen haben. Man kann sagen, ich vertraue dir oder ich vertraue dir oder ich vertraue dir. Man merkt also unterschiedliche und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ich vertraue dir, weil mir wichtig war, dass das dir betont wird. Also ich und dir, das sind die beiden für mich wichtigen Pole in diesem Text. Ich vertraue dir, ich vertraue dir. Und dann habe ich sozusagen den Rhythmus gefunden. Dann suche die Töne dazu, die dazu passen können und fertig ist das Lied. Und so heißt es auch, ich vertraue dir. Das Lied, das Rainer Thorn für unsere Erstkommunionaktion nächstes Jahr 2021 komponiert hat. Ein Lied mit einer ganz besonderen Botschaft. Das Lied möchte ja erzählen, dass wir uns voll vertraut darauf verlassen können, dass Gott bei uns ist, dass er auf unserem Weg uns begleitet, dass er uns trägt und führt. Und es gibt natürlich viele Lebenssituationen, auch schon für Kinder, wo manchmal die Angst da ist, wo manchmal die Not da ist, wo man kein Morgen sieht. Wo das dunkel ist. Von daher fand ich, ich habe mich sehr gefreut über dieses Motto der Erstkommunion, dass dieses Zentrale, nämlich sich vertrauen können, verlassen können auf das, was Gott uns zusagt, hier nochmal zum Ausdruck kommt. Und worauf vertraust du ganz persönlich in deinem Leben? Also ich würde sagen, das sind so zwei Dinge, die mir ganz wichtig sind. Ich vertraue einmal auf die Kraft der Liebe, weil ich glaube, dass diese Welt dringend diese Kraft der Liebe braucht. Das spüren wir vielleicht in diesen Zeiten besonders, wenn wir zurückgeworfen sind durch diese ganzen Corona-Pandemie-Maßnahmen, auf uns selber zurückgeworfen, auf den Freundeskreis, auf den Familienkreis, wie wichtig und wertvoll, liebevolle Beziehungen sind, die uns stärker und unterstützen. Und ich vertraue natürlich auch auf die Kraft der Musik. Wir wissen davon, wie Musik heilen kann, wie Musik eben auch Menschen wieder aufrichten kann. Und nicht zu Unrecht gibt es ja im Alten Testament das Wort Ruach für Gott, nämlich der Atem. Und was erlebt man beim Singen? Das Ein- und Ausatmen, das Singen eines Tones und das Finden seiner eigenen Melodie. Gab es Situationen in deinem Leben, wo du gespürt hast, dass du auf Gott vertrauen kannst, dass er für dich da ist? Ganz viele. Ich habe auch schon gerade mal, als du es so angesprochen hast, nochmal nachgedacht. Es gibt gerade eine ganz konkrete Situation, die ich jetzt gar nicht so weit ausdehnen möchte. Aber unser viertes Enkelkind ist unter ganz besonderen Situationen auf diesen Planeten gekommen. Und er tat es gut auch für mich, sich sozusagen fallen lassen zu können in die Hand Gottes. Wir können ja nie tiefer fallen als in die Hand Gottes. Es ist so ein Grundrauschen durch mein Leben. Es gibt jetzt nicht so ein Saulus-Paulus-Erlebnis, wo man sagen könnte, da hat sich irgendwas gewandelt, sondern immer wieder an gewissen Punkten spürt man das. Es gibt ja von Sören Kierkegaard den Satz, Leben kann man immer nur nach vorne hin, aber das Leben verstehen kann man nur in der Rückschau. Und wenn man zurückblickt, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, dann entdecke ich schon Punkte und Stationen, wo ich das Gefühl habe, dass hier Gott mir ganz nah war. Dass Musik auch Vertrauen zu anderen Menschen entwickeln kann, da ist sich Rainer Thorn sicher. Also der Augustinus hat ja gesagt, Singen ist doppeltes Beten. Das vermissen wir natürlich jetzt gerade sehr in dieser Zeit, dass wir das Singen nicht haben. Ich glaube schon, dass eben, weil das Singen alleine, aber auch vor allen Dingen in der Gemeinschaft, eine wunderbare Erfahrung ist, dass die trägt, die uns als Gemeinde, als singende Glaubensgemeinde zusammenbringt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir diese Kraft der Musik da auch wieder immer erleben und spüren können. In den Wellen dieses Lebens, in den Wogen meiner See, bleibst du Gott an meiner Seite, dass ich nicht untergehe. Wenn ich mal ängstlich werde, ob in Sturm, Not und Gefahr, reichst du rettend mir die Hände, sprichst, vertrau mir, ich bin da. Und ich vertraue dir, ich vertraue dir, an jedem Tag, der neu beginnt, bist du bei mir. Dieses Vertrauen hat Rainer Thorn auch ganz persönlich erfahren. Vor allem in der Erstkommunion-Vorbereitung in nun fast drei Generationen. Also das sind natürlich jetzt schon drei Stationen, drei verschiedene Blickwinkel auf so ein Fest, auf so ein bedeutsames Fest wie Erstkommunion. Als Kind, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, dass ich zur Erstkommunion gegangen bin, haben wir das ganz anders damals, das war so Mitte, Anfang der 60er Jahre, ganz anders gefeiert als heute. Es war halt einen gewissen, klareren, strengeren Aufbau. Als Familienvater, ich habe ja zwei eigene Kinder, war das schon ganz anders, weil wir in der Gemeinde, bei uns in der Gemeinde ein sehr gutes pastorales Konzept hatten, wo wir mit den Kindern wirklich von Martin bis zur Erstkommunion gemeinsam den Weg gegangen sind. Mit vielen Stationen, alle 14 Tage getroffen, mit einem Wochenende gemeinsam. Das war eine sehr intensive Zeit, auch für uns als Familie, aber auch für die Familien in der Gemeinde. Und was ich toll finde, ist, dass aus dieser Zeit noch viele Beziehungssysteme geblieben sind. Sowohl bei den Kindern, die da ihre Freunde gefunden haben. Meistens schließt sich Messdiener an oder Jugendgruppen, dann Jugendfreizeiten, mit denen sie dann unterwegs gewesen sind. Aber auch für uns Erwachsene, wo wir mit anderen Kommunioneltern eben sozusagen den Kontakt halten konnten. Und jetzt bin ich ganz gespannt, weil meine erste Enkeltochter im kommenden Jahr auch zur Erstkommunion gehen wird in Bielefeld. Und ich freue mich, diesen Weg jetzt nochmal auf diese Art und Weise begleiten zu dürfen. Und damit ich ja sagen darf, das war für mich eine besondere Ehre, dass ich sozusagen das Erstkommunionlied für eure Aktion, für das Bonifatiuswerk, für das nächste Jahr schreiben durfte, weil eben meine Enkeltochter eben mitgeht und dann das Lied möglicherweise auch dann singen wird. Durch Corona laufen die Feiern der Erstkommunion in diesem Jahr ganz anders ab als sonst. Vielerorts wurden sie verschoben. Was wünschst du den Erstkommunionkindern und ihren Familien angesichts dieser ja herausfordernden Zeit? Dass sie es schaffen, auch wenn es vielleicht eingeschränkt ist, auch wenn vielleicht die Maßnahmen nicht all das ermöglichen, was man sich an so einem Tag wünscht. Dass man aber dann vielleicht als Familie wirklich den Tag für sich nimmt, Zeit hat zum Zuhören, zum Spielen, zum gemeinsamen Essen und zum gemeinsamen Austauschen, zum gemeinsamen Beten und sich zu treffen in den Kirchenräumen. Und es gibt so ein Lied, das wünsche ich eigentlich den Kindern und damit auch eigentlich den Eltern, was das nochmal zusammenfasst. Das ist für mich ein Lied, was eine ganz tiefe Bedeutung hat, weil es eigentlich, für mich zumindest, unseren christlichen Glauben in einem Satz zusammenfasst. Das heißt nämlich ganz einfach, einfach nur so, so wie du bist, bist du von Gott geliebt. Und das wünsche ich eigentlich den Kommunionkindern, dieses Gefühl, ich bin so, wie ich bin, in Ordnung. Ich brauche keine Leistung zu erbringen, um die Liebe Gottes zu bekommen, sondern ich bin in der Liebe Gottes. Das singe ich einmal kurz an, weil ich glaube, das ist musikalisch ganz schön. Das wünsche ich euch allen.